Ich habe mir überlegt, ich möchte das besonders machen und so ein Endspiel, denke ich, hier in Holland. Aber warum dieses Endspiel? Eigentlich waren Dekaden Geburtstagsgeschenk meiner Frau. Die hatten wir schon seit Februar. Und deshalb hat es so ein bisschen lang gedauert. Aber wir sehen beide gerne Baseball und dann passt das. Jetzt kommt Baby Nummer zwei. Also nochmals gratuliere. Es war das richtige Moment. Perfekt. Noch ein bisschen nervös? Sie hat glücklich Ja gesagt. Hachige Knie. Noch immer? Ja, immer noch. Ich zitter noch. Ist Ihnen total elgar? Wer gewinnt heute? Ja, eigentlich hoffe ich schon die Niederlande. Hoffentlich auch. Ja. Ja. Ja.